Carbonara. Alter, ohne Sahne. Steht doch alles hier drin. Zuerst Spaghetti kochen. Parallel Guanciale schneiden und in die Pfanne. Ohne Fett, da ist genug dran. Und nein, kein Kochschinken. Guanciale ist von der Schweinebacke. Wie dann kochen eigentlich Spaghetti? Wenn das so ausschaut, ab in den Sieb gießen. Picorino, Parmesan oder Grana Padano. Völlig egal, Hauptsache genug davon. Eier trennen. Zum Eigelb gibt er jetzt tröpfchenweise Nudelwasser und die Hälfte an Käse. Bisschen Nudelwasser zur Seite stellen. Spaghetti nicht abschrecken, sonst haftet die Soße nicht. Flüssigkeit dazugeben. Guanciale dazugeben. Wenn die Soße so bei euch ausschaut, dann sofort die Hitze ausschalten und die Pasta in Bewegung halten. Ansonsten habt ihr Ruhe in der Pfanne. Sollte euch das zu wenig Soße sein, gebt gern noch ein bisschen Nudelwasser dazu. Mehr Rezepte von mir in diesem Buch. Link in der Bio.